Augenzeugen zufolge warteten die Kriminellen den so wörtlich perfekten Zeitpunkt ab. Hallo zu dem wunderschönen Reichen, was wir vorhaben. Road to Battlefield 1. Oh shit. Ich hab mir mal jetzt ein bisschen Ausrüstung angeguckt und alles, haben mir ein paar neue Waffen gekauft. Ich spiele jetzt den Operator und ja, erstmal habe ich den Standardmodus Überfall ausgewählt. Da ich den halt ein bisschen kennen, ich weiß wie es abläuft und alles. Und dann wird es nicht ganz so chaotisch, aber chaotisch wird es glaube ich trotzdem. Also, oh shit. Ihr könnt euch über ein paar lustige Szenen freuen. Ja, also, wer den Modus nicht kennt, Überfall, es gibt zwei Tresore, die gesprengt werden müssen von den Verbrechern, die Kops müssen es natürlich verhindern. Und ihr seht hier jetzt, da kann ich leider nicht drauf, aber da sind die Spots A und D, da müssen die Verbrecher jetzt hin mit den Taschen, mit dem Geld. Und wir müssen sie daran hindern. Oh. Oh, Alter, dieser Leck. Aber ich hab ihn. Alter, das Leck war real. Ich hab die M5 SD, heißt die glaube ich, habe ich ausgewählt. Das ist eine MP, eine schallgedämpfte MP5 quasi. Und, ja. What the fuck, Alter, dieses Chaos von mir ja gleich am Anfang geht. Mann, ich muss auch erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ja, also, wer das Battlepack Opening nicht gesehen hat, ähm, Battlefield 4 und Battlefield Hardline, hab ich gelesen, haben jetzt wieder spielende, äh, spielende Steigerzahlen. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass beide Spiele nur noch für 5 Euro im Angebot sind, im PlayStation Store. Also, Battlefield 4, 5 Euro und Battlefield Hardline, äh, auch 5 Euro und zusammen sogar nur 9 im Bundle. Und, ja, also für einen Fünfer, denke ich, kann man sich das echt mal gönnen. Und, ja, ich hab mir direkt die, äh, Special Edition Gold, diese Ultimate Deluxe Edition mit allen DLCs mit bei. Und, denn ich wollte mir mal was gönnen und ich dachte, 20 Euro sind das dann mit allen DLCs, ja, kann man doch mal, da kann man sich doch mal gönnen dann. Und dann kann ich euch auch einiges zeigen, oder da haben wir auch einiges vor, denn, äh, es ist ja doch noch ein bisschen hin, bis Battlefield 1 draußen ist. Und, ja. Alter, als ob unsere, meine Jungs hier nur rumgammeln, man. Je weiter vorne man verteidigt, desto besser ist es doch. Guck doch, guck doch, diese schöne Waffe. Ist sie nicht wunderschön? Ach, jetzt fahren sie natürlich los, oder was? Wuhren sind. Habt ihr nicht gehört? Hui! So, 100 Meter noch, bis zur Plugge. Ach, sie. Wollen wir schon mal links und rechts gucken, bevor man über die Straße geht, das lernt man ja früh. Geh mir aus dem Weg! Och. So. Bis jetzt gefällt mir die MP5, ehrlich gesagt. Stirb! Man konnte den Fahrrad auch mal rausschießen, oder nicht? Oh, Problem. Fuck! Kommt der mit der Shop-Guard von hinten. Mann, ey. Ich weiß gar nicht mehr, gar nicht mal, wie die Map hier heißt. Ich hab einfach direkt mich wieder ins Zeug gemacht hier. Rufvorteil. Ach ja, stimmt, man konnte ja so'n... Hey, holen wir dich für's mal rein! Oh, shit! Hey, hier ist der Medikist! Äh, wie ging das? So. Ah, zusätzlich im Magazin, Alter. Jetzt geht's los! Fuck! Ja, los, hinterher! Ja, los! Warum kann ich nicht einsteigen? Ja, jetzt! Danke! Oh, die Leute, ich andere... Ernst, der Blick. Gucken wir mal, wie er denkt. Alter! Alter! Premium! Fuck! Ja, wir verziehen den Skill 99! Alter, wie kann man denn jemanden 99 Damage machen? Und dann sterben. Das ist Abfock. Das ist richtig Abfock. Ich hab grad gesehen, ich bin Level 90. Das ist ja schon ein Limpchen, ne? Und ich hab auch gelesen, ab 150 gibt es so'n, so'n Dingens... Legenden-Modus, irgendwie so'n Shit. Das ist quasi wie Prestige, denk ich mal. Aber man hat auch ein paar Vorteile. Man kriegt irgendwie 5% mehr Geld und... Jesus kommt auch mal vorbei. Ja, und sonst juckt es auch zwischen den Eiern. So. Komm schon! Jo, er ist im Heli! Fuck that bitch! Schön drauf bei deinen Jungs! Aua! Shit! Also, ich bin natürlich noch nicht der Beste hier. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Wir beginnen. Achso. 5-5! Guck! 5. Da aus unserem Team. Und ich hab das Spiel seit... Frag mich nicht, wie lange ihr gespielt habt. Auf jeden Fall ewig. Ewig. Und ewig ist nicht mal gelogen. Das ist echt lang, ey. Wahnsinnig lang. Ich glaube, der Medi der Verdächtigen ist auf dem Weg zu einem alternativen Übergabefonds. Ich weiß gar nicht mehr... Das Spiel kam 2015 raus, ne? Aua! Verdächtiger eliminiert! Fucking Shotgun! Medikit! 2015? Ja... 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 Aber... Holy shit, ey. Welchen Monat? Nein, ich sehe nicht! Ja, Leute! Jetzt wollen sie aber! Jetzt wollen sie hier! Ja! Nee, das ist er nicht. Nee, das... Alter, das ist ein Sniper, der ist oben! Komm, den krallen wir uns, Jungs! Nee, da geht's wohl nicht hoch. Den holen wir uns, den Sniper. Jetzt hat sie's ausgesnipert, mein Freund. Kann man das hoch da? Ja, das geht! Boom! Konnte ich wenigstens auch einen Gegner mit dem... Mann! Wollte einfach mal raufballern, weil's cool ist. Was cool ist, Alter! Ja, weil wir werden hier so beschränkt geparkt. Jungs! Da! Weil sie alles braucht. Ach, hier ist er hing... Alter, ich hab den ganzen... Jo! Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaub, man merkt, ich bin ein bisschen... Überfordert! Oh, Dodge, Alter! Dodge! Dodge! Ich muss mich kurz hinlegen, ich hab nicht viel Leben! Ich muss mich regenerieren! Komm schon, Rückeroberung! Aua! Fuck! Wir haben mich mit dem Bleirohr erschlagen! Shit! Oh, nee! Das ist einfach komplette Überfordung für mich gerade! Ich weiß nicht, wo vorne oder hinten ist! Ich weiß nicht mal, wo mein Arsch ist! Alter, die haben nur noch zwei Tickets! Wir haben das gleich! Oh, shit! Aber ich hab das Fahrzeug ausgeschaltet noch! Easy, Alter! Easy! Warum fährt das Fahrzeug noch? Da läuft er! Guckt die Leute an! Er hat mich überfahren! Überfahren und vom Bleirohr erschlagen! Alter, ist das Spielfrau! Wir haben erwartend worden, Alter! 7, 9, 0, 10h! Ich bin, ich bin, der Fall ist gesehen! Bitte Was war man denn? Ja? Jawohl! Ich weiß noch nicht, was das alles alles bedeutet, aber erscheint gut zu sein! 5.000 Team mit 7,9 oder wie sind welche mit 15,10 oder was für Lappen, einfach nur... weil ja ich muss erst mal wieder in das... Alter, ein Forscher kann man in Gold... erstmal wieder in das Spiel reinkommen und das war ein Ründchen, die erste Folge zu Wo2 Battlefield 1 oder Prepare your aim for Battlefield 1 wir wissen es immer noch nicht wie wir es nennen und dann sehen wir uns jetzt, halt doch mal dein Maul, wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder und tschüss